Die Nacht des Raben Ich würde vorschlagen Wir gehen jetzt die ersten Quests an Ich weiß gar nicht Ich weiß gar nicht Was am Gescheites mehr Ich glaube wir sammeln auf jeden Fall erstmal oben die Heilkräuter Und die Wildschweine sind halt schwierig Aber ich glaube Ich bait die einfach ins Lager Wenn ich den Last Hit nicht mache Kriege ich zwar keine EP für die Wildschweine Aber Ich kriege ja EP für die Quest Ich glaube das ist trotzdem okay Einfach jetzt schnell Einen Questfortschritt zu erreichen So Wer muss scheißen? Hat er gerade gesagt Ich muss auch öfter scheißen Da ist ne Heilpflanze Oh Gott Also irgendwie nach dem ersten Laden So braucht das Spiel irgendwie immer erst einen Moment Bis es sich hat so Oder es ist ein Wolf So ich glaube die Heilpflanzen waren hier direkt Ja siehst du hier sind überall Heilpflanzen So hier ist eine Hier ist eine Hier ist eine Wir brauchen 10 für die Quest Ist auch noch eine Erinnert mich irgendwie an MMORPGs Sammle 10 davon Äh Bring mir 15 davon Das kenne ich eigentlich nur aus MMORPGs Oh da sind die besagten Wild Die Ihr Schweine Die Wildschweine Oh es sind sogar vier Oh Gott Oh es kommt schon No 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 Wobei Ich kann einfach das erste schon mal mitnehmen Wo ist er? Da oben Es kommt Es kommt Es kommt Die Sau Die Viecher sind scheiße stark Bist du noch da Fifi No Greift dir jetzt die da unten an Die Sidestep Sau Nice Gemeinsam drauf Immer fest Oh Gott Oh Gott Lasst it Nice Aber ich habe ordentlich kassiert Achso ich kann ja rechts klicken Sorry Leute So Eins haben wir Bleiben noch drei Oh das sind Hirsche Ein Lamm Haha Getötet Nicht So Achso wir gehen mal Äh Die andere Seite der Kuhle lang Endlang So Eins von vier Ich dachte ich hatte in Erinnerung Das sind drei Das merkt man auch Der ist es Also Gothic 3 habe ich glaube ich sogar am meisten gespielt von allen Gothic Teilen Aber nie durch Habe ich noch gar nicht gesagt ne Ich habe Gothic 3 zwar gespielt Aber nie durch Denn Ich wurde von Bugs aufgehalten Oh Gott Ne sau Hier muss irgendwo ein nest sein Komm her pfiffi Leute hilft ihm Hier muss irgendwo ein nest sein Oh Gott Das ist ja Macht jetzt doch mal was Bitte Alter Macht was Oh der wird schwieriger Der last hit Warum geht der nimmer auf mich Achso der geht auf den da oben Lol So macht man das Das wäre erledigt Was meine Mutter So Easy Das ist schon eine sehr gute Quote Oh Gott Ah ja Hier kann man auch Das ist richtig nice Stimmt Das hätte ich ganz vergessen Lagerfeuer Und Der Anfangs Carry Und man kann alle Auf einmal machen Ne ich sag nichts Denkt an die anderen Teile Man kann hier mit einem Klick Alle auf einmal machen Ich brauche es nicht mehr aufs Grün Mann guck mal Da stecken die auch die Pfeile drin Das ist einfach Allein dass Pfeile In den Viechern stecken bleiben Das ist einfach direkt Realismus Level Um 10.000 gesteigert 9.000 9.001 Nämlich über 9 So Wie viel Heiflanz Haben wir eigentlich Guck mal einfach mal ins Inventar Gehen auf den richtigen Tab Ja Ist ja easy So Und suchen Heilkraut 16 haben wir Alter Okay dann locke ich jetzt einfach Wir können trotzdem weiter sammeln Äh Locke ich die anderen Aber ich mach diesmal Einen weiteren Bogen Hä Bogen wisst ihr Wegen meinem Bogen So Äh Ich überlege Check ob ich die letzten Beine Nicht sogar alleine schaffe Habe ich Habe ich irgendwelche Spezialpfeile Oder sowas Oh Oh Hier es gibt noch Kopfnuss Eine gut gezielte Kopfnuss Schickt jeden Gegner Zum Boden Schmetterschaden Schmetterschaden Guck mal Brenner Pfeil Ja ich bete nur eins runter Und das letzte versuche ich dann alleine So Wifi Du aggressive Sau Komm her Oh ich mach ja guten Schaden Oh es kommen beide Weil ich es angeschossen habe Ich Idiot Ja gut dann gibt es jetzt die Double Penetration Für euch Ihr fetten Mistviecher AHH Oh Entschuldigung Hier muss irgendwo ein Nest sein So die Jungs Schnappt ihn Nein die sterben an den Viechern 100 pro Ich musste nicht echt helfen Ich schließe ihn auf Dem hast du es gezeigt Ja eins habe ich Ich hab einfach alle Ich bin ein Gott Ich sollte Schweineschlachter werden Ich muss arbeiten Achja rechts liegt Sorry Leute So So jetzt können wir da oben auch direkt looten Denn die hatten da ein paar Truhen Oh erstmal speichern F5 Schön So Oh hier ist auch noch ne Heilpflanze Nice So was haben wir denn hier Erstmal ein bisschen Säge Oh mir fehlt ne Säge Das ist sehr wichtig So gab es ja nicht noch Ton oder so bei den Viechern Nicht Aber die haben einfach mal so ein Holzfällerlager gestürmt Alter Äh gestürmt Boah Ist das da oben Kronstöcke Oh Ja es war wirklich einer Der Wolf ignoriert mich Oh da ist noch ein Scavenger Den können wir direkt mal umnutzen Headshot Komm voll ins Knie Oh yeah Easy Ich bin einfach Oh da kommt noch einer Wo ist er Wo ist er Warum rede ich heute nur im Dialekt Alter Wo ist er 50 20 30 50 50 Freibwanzen Ich kann Dialekte bin ich übel Bad Ist wirklich so Würde ich übel gerne können Maxim ne Der ist ja der Der geborene Ossi Ist er halt wirklich Der ist ja Ossi Ja Und das ist einfach so lustig Einfach ein Unterhaltungswert Des Todes So Jetzt gehen wir zwei Quests schon mal ab Ne Einmal Äh Oh Einmal Äh Die Wildschwein Quest Genau Hier bei dem Duli Wie hieß er eigentlich nochmal Houdini Alter Du bist der Boss Auf dem ganzen Platz Guck mal da runter Du hast doch sicher noch was zu erledigen Warte Ich speichere mal So viel zum Thema Questbehebung Wollt ihr wohl damit aufhören Okay 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 Sorry das musste sein Haha Wie dumm Wir sehen ob er jetzt noch am Laden Immer noch in der Luft sitzt Vielleicht Resettet sich das irgendwie Super lustig Houdini Ich meine so ne Bugs sind ja Siehst du jetzt ist er unten Ich hab's gesagt So ne Bugs sind ja unterhaltend So Brandon Oder so Ah hier Die aggressiven Wildschweine sind erledigt Ihr könnt wieder an die Arbeit gehen Endlich mal jemand von euch Der sich um unsere Sorgen kümmert Danke Krieger Hier hast du mein Gold Ich bin Assassine Und nur 250 Achso ja man kriegt ja eigentlich Das ist ganz witzig Man kriegt Wenn die Quest erfüllt ist Kriegt man instant alles Gut geschrieben Und dann kann man nochmal zum Questgeber hin Und kriegt noch Äh den Nachtisch Wer bist du denn? Wieso läuft da deine Mutter rum? Erzähl mir etwas über diesen Ort Du bist hier im größten Rebellenlager an der Küste Wir nennen es Redark Viele königstreue Menschen Die noch nicht von den Orks versklavt wurden Verstecken sich hier Ich kann nur für dich hoffen Dass du kein Spitzel der Orks bist Sonst machen wir mit dir kurzen Prozess Verstehe Das sieht man hier ran Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager Wenn die Orks wüssten Dass wir uns hier verstecken Hätten sie uns bestimmt schon getötet Das ist so geil wie er gestikuliert Die Orks wissen nicht Dass sie Erzähl mir mehr über euch Rebellen Wir sind die einzigen freien Menschen in Myrtana Die noch gegen die Orks kämpfen Unser größtes Problem hier an der Küste Sind die Orkpatrouillen Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen Wo sind diese Orkpatrouillen? Eine ständig wandernde Orkpatrouille Befindet sich momentan zwischen uns und Ardea Die zweite hat sich im Osten Auf einem Bauernhof zwischen uns und Kap Don Eingenistet Wenn wir uns nicht bald darum kümmern Werden sie Redark auf kurz oder lang finden Okay Was ist mit den Menschen Die für die Orks arbeiten? Die meisten von ihnen sind Sklaven Es gibt aber auch menschliche Orksseltner Sie dürfen sich in gewissen Grenzen Frei unter den Orks bewegen Ich kann nur hoffen Dass du dich nicht mit ihnen einlässt Warum soll ich die Orksseltner meiden? Menschen die mit unserem Feind paktieren Sind der Feind Der Weg des Orksseltners ist einfach Ohne Freiheit und gegen unseren Gott Inners Yes Klingt gut Klingt wie für mich geschaffen Oder Leute? So Aber das kann ich trotzdem machen Ich werde der Orkpatrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten Die Orks sind ja nur unsere Verbündeten Sei vorsichtig Wenn sie dich für einen Rebellen halten Werden sie dich auseinander nehmen Die Orks sind zwar Die Verbündeten der Assassinen Aber Was sie nicht wissen Ich kümmere mich um die wandernde Orkpatrouille Was der Ork nicht weiß Pass aber auf Dass wir unsere Lage hier nicht finden Ist aber egal So Zeig mir deine Ware Der handelt auch Oh So Warte Hat er ein langes Schwert So warte Ich habe hier ein Schwert Das macht fünf Warte mal Wo ist mein Ork-Töter-Ding Hey Warte mal Hey 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 Inventar Der macht Ich mach 50 Schaden Hab aber Ork-Töter Ork-Töter macht wie viel Schaden zusätzlich? Hä Steht da nicht Wie viel Wie viel macht das zusätzlich? Steht das da irgendwo? Nö Ist die Frage Ob das langes Schwert dann besser ist? Ich glaube Hm Okay Also Schwert normal ist auf jeden Fall schlechter Oh ich habe einen Jagdbogen Achso ja klar Neu Ist okay Egal dass man einen schlechteren Bogen Im Spiel finden kann Ne Als den Bogen den man von Anfang an hat Das ist irgendwie Naja egal So Jetzt können wir mal überlegen Wo ist er denn jetzt hin? Wir müssen uns ja Also ich glaube Bevor wir jetzt die Quests machen Wo wir fighten müssen Zum Beispiel Ork-Patrouillen Oder jetzt den Stollen da unten klieren Müssen wir gucken Dass wir uns ein bisschen auf Also Langschwert ist glaube ich schon mal ganz nice Aber das findet man glaube ich auch relativ schnell So eine Lederkluft wäre auch nice Haben wir denn überhaupt eine Rüstung? Ne ne Guck mal da holen wir uns erstmal eine schöne Lederkluft Du bist in Ordnung Oh nice Ach ja Man braucht immer Pass mal auf Für die Rüstung Ein Ruf bei der Fraktion Noch nicht Beweise erstmal Dass du es auch wert bist So Und ich brech nochmal ab Man kann nämlich nicht einfach hingehen Also es gibt von Anfang an Alle Rüstungen zu kaufen Aber Man muss sie sich vorher verdienen Ihr verdient ja Hab ich noch gar nicht den Leuten erklärt Die noch gar nicht Rüstung 3 ist Tut mir leid Man verdient ja Ruf mit Quests Ja wenn ich jetzt Quests für die Rebellen mache Ich versuch gerade da hin zu kommen Dann äh Steiger ich meinen Ruf Bei den Rebellen Ich glaube hier oder? Wo kann ich denn das nochmal Ah ja Hier Da So Ruf in Ordnung Ruf bei den Orks Ruf bei den Rebellen Guck da habe ich schon 4 Weil ich schon ein paar Quests gemacht habe Kriegt man so ein Plus 1 Äh Und das sind quasi Prozente Eben stand ja da Für die Paladin Rüstung Brauche ich 60% bei Rebellen Ich habe jetzt 4 Quests gemacht Und 4% gerade mal Das heißt ich muss 60 Quests für die Rebellen Wahrscheinlich machen Gut es gibt Quests Die geben nicht mehr Ruf Und wenn du eine Stadt befreist Als Rebelle Dann Auch Aber ja So Du bist in Ordnung Ne Helm wäre auch nice Guck mal Direkt hier Rasieren So Die Scheiße kann weg Zwei Hände kann weg Schwert kann weg Das kann weg Knüppel Yo 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 Große Waffen können ja generell weg Die behalte ich nochmal Aha So Gold ausgleichen Zack Tauschen Easy Jetzt können wir uns schon mal direkt umkleiden So nice Nice Richtig Aber trotzdem geht das nicht zu weit Huah 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 Übrigens haben wir ja auch Wir haben ja schon einen Teleportstein Hier gibt es von Anfang an Teleportruhen Auch geil Am besten Brauchen wir nicht mal 10 Jahre laufen Da Guck mal Tun wir mal auf die 6 Adea So Trotzdem gefällt mir das Ganze Jetzt Können wir Erstmal ein bisschen Stärke lernen Wir müssen Stärke lernen Leute Ne Erstes Ziel war ja Schwertkämpfer Da brauchen wir 150 Stärke für Ja 150 Stärke für Und dann ist der nächste Schritt Zweihandkampf Da brauchen wir dann noch ein bisschen mehr Stärke Und Jagdgeschick Und dann können wir auch dann direkt mal auf Bogen gehen So hier ist ein Bett Bis zum nächsten Morgen Übrigens Ich speichere mal Wenn ich mich jetzt in einem Haus befinde Und wir gehen mal davon aus Ich Ah ne ich darf hier nichts mehr stehlen Sonst kriege ich auf den Sack So dann würde ich sagen Arena Du willst dich nicht nur schlagen Nicht im Ernst Du bist hier unter Freunden Wir Menschen müssen gegen die Orks zusammenhalten Ich brauche Training Und du siehst aus als wärst du ein ebenbürtiger Gegner Steig mit mir in die Arena Alles klar Dann zeig mal was du kannst Das Kampfsystem ist ein bisschen komplexer Gerade im Gegensatz zu Gossig Oh fuck Oh Gott Das war knapp Ja Und jetzt kann ich die Große machen Wutz Okay okay wir sind gut dabei Allein die Rüstung Ja Ork Töter hat er dabei Was noch Ich loot ihn jetzt komplett Nice Da ist nichts mehr zu holen Nice Guck mal dadurch dass wir jetzt schon neue Rüstung und neuen Helm haben haben wir kaum Schaden bekommen Easy Dann machen wir den anderen gleich auf Wir gehen nochmal pennen Was macht er denn? Scheiße Ich liebe das Spiel so hart ey So Wie die läuft Du hast den Kampf gewonnen So sieht's aus Du kannst was Wenn du einen Waffengefährten an deiner Seite brauchst Bin ich dein Mann Ah nice Du willst an meiner Seite kämpfen? Du bist ein vielversprechender Mann Du brauchst nur noch ein wenig mehr Erfahrung Scheiße Jetzt hab ich ihm seine Sachen geklaut Ich werde dahin gehen wohin du gehst Und werde gegen diejenigen kämpfen Gegen die du kämpfst Das ist nice Wenn du es nicht mehr brauchst Schicke mich einfach wieder zurück Den kann ich zum Beispiel für die Org-Patrouillen dann mitnehmen Aber der braucht nur diese Ausrüstung Alter aber was zum Pief noch dabei Das wollte ich doch auch looten So Joey Würdest du mit mir in der Arena kämpfen? Warum nicht? Training ist immer gut Tränen aufs Maul Junge Richtig feste ins Gebiss Kämpfe mit mir in In Ordnung Wir sehen uns in der Arena Ups Aber der hat mehr Range Guck dir seine Helebar da an Ich muss ihm direkt einen Stich geben Jetzt werden wir sehen Wer der Stärkere ist Oh Gott Oh yeah Der ist glaube ich eventuell Schließ Und Schließ Ja Guck mal Wir kriegen sie mal Stärke Guck mal die klatschen alle Geil 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 So jetzt gehen wir nochmal pennen Der Bruder hat kassiert Alter Wie er sich hinlegt Alter Wie in so einem Sarg Schläft noch in Klamotten und duscht nicht Gut gekämpft hat mich glatt umgehauen Hier nimm diesen Heiltrank Der hilft bei Wunden Oh nice So jetzt lernen wir mal Stärke Bei wem ging das nochmal? Achso Würdest du mich im Kampf unterrichten? Fünf Stärke, fünf Lärmpunkte Okay Wie viele Lärmpunkte haben wir? Allein dass die ganze Scheiße auch Geld kostet Das ist 35 Da kommen wir jetzt Okay noch nicht ganz Ja gut dann lerne ich erstmal nur Stärke Gut Gut Dazu bist du noch Ja Ich werde ein Schwertmeister Sag mal umgekehrt mit großen Ich werde ein starker Kämpfer mit großen Waffen werden Zeig mir eine umgekehrt schöne Armbrust Armbrust Shit Okay Gut so Weiter so Warte Allein wie viel Nur weiter so Wie viel Geld Nur weiter so Shit Nur weiter so Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung Keine Lärmung Okay So jetzt habe ich 137 Stärke Das heißt beim nächsten Level ab Knacken wir schon die Marke Die wir uns als Ziel gesetzt haben So jetzt frage ich ihn mal Der hat aber irgendwie jetzt gar kein Equipment Komm mit Alles klar Oh jetzt Nice Aber er ist nicht full live Na gut Dann clean wir hier jetzt alles Der braucht echt einen Haltraum oder so Hier Oh nice Cool So dann bin ich der Bogenschütze Und du rennst vor und fightest Sehr schön So mal gucken Was uns hier erwartet Ist wieder Krötenwurz Den habe ich am liebsten Oha Nö Ein Goblin Oh der hat kassiert Mehr Mädel Hat er wieder wegfleddert Oh Waldbären Nice Erinnert ihr euch an die? So Freundchen Oha Das sind einige Einige Oh Gott Oh Gott Der hat mich umgehauen Oha Aber ich halte echt gut aus Steh auf Junge Achso Und der hat auch noch gut Leben Der hält auch aus Ne Ah Mann Ich vergesse immer Das alles Luten Ding So Schnapsbeeren Oha So Knüppel Speichern Wunderschön Oh da hast du Was ist das? Ein Waran? Oh shit So Koppa Jetzt wird es ein bisschen schwieriger Ich versuche den Kopf zu treffen Oh Gott Bleib stehen Ja getroffen Nochmal getroffen Oh die sind gar nicht so stark Okay das ging einfacher als gedacht Rostige Streitachst So was haben wir hier Oh Gott Was haben wir hier noch? Okay Okay So super Schön Wunderbar Wunderbar Pfeile Ach die ich hier daneben geballert habe Ne Truhe So Kann man da Armbostiere rufen Vergessen Licht Nice So Noch ne Truhe Oh Teleportstein nach Reddok Nice Und zwei Dietriche Können wir gleich mal ausrüsten hier Die Scheiße Vor die E-Gitarren-Riffs So nice Dann gab es hier direkt noch mal ein bisschen Loot Geh mal weiter Morgen Tau Oh noch ein Waran Hast du grad gegehnt? Nice Nice So Den gar nicht mal Ich hatte Jetzt hier eben vor dem Waran mehr Angst Muss ich sagen Als sie jetzt letztendlich Darstellen An Gefahr Lol Er kämpft irgendwo ein Ork gegen einen Wolf Ork isiert sie lauschen MDR Kultur Ork Gegen Wolf Boah das war unters Kinn durch Nein! Gegen sein Schild abgeprallt. Oh, kommen da drei Warane? Komm herr Freundchen. Ich schieße dir ins Köpfchen. Aber hoffentlich stirbt er nicht. Ich muss ihm helfen. Ich muss ihm helfen. Oha! Machen die ein Damage. Schlitz! Wow! Heiltrank! Ich bin irgendwie vergiftet oder so. Auf jeden Fall, meine Ausdauer ist nicht mehr die geilste. Ja, das war ganz schön knapp, Alter. Die machen Schaden. So. Alter, meine Ausdauer ist im Arsch. Das ist, glaube ich, eine Art von Gift. So, was haben wir hier noch? Aha. Oha! Liegen über das Skelette. Das ist irgendwie kein gutes Omen. Noch ein paar Pilze. Lecker. Alter, kann der Ork da oben jetzt endlich mal die Fresse halten? Geht doch. Boah! Alter! Der Korb ist alt. Siehst du, hier brauchen wir schon schwere Schlösser knacken. Fick you. Muss ich mir merken, dass hier eine ist. Kommen wir dann später zurück. So. Alles klar. Nehmen wir mal einen Heiltrank. Ne, ich nehm irgendwas. Ich nehm... Ich hab nur Fleisch gebraten. Siehst du, das können wir jetzt mal direkt verwenden. Lecker. Nice. Guck mal, das bringt richtig viel... Siehste Prozent. Ich wusste es. Ich wusste. Das heißt, die Scheiße ist auch im Late Game noch brutal geil. Nice. Das ist einfach viel intelligenter. So. Was kommt als nächstes? Das waren eben drei Varaners. Wie viel Lehm hast du eigentlich? Leute, der hätt ja tausend Kilowatt aus. Komm her, Freundchen. Ich wusste noch von früher, dass du da bist. Mach was! Kopper! Das wäre erledigt. Schön unter die Achse geschlitzt. So. Was haben wir hier drin? Irgendwas tolles. Zauberwurzel. Okay. Meine Ausdauer regeneriert einfach mal. Oh lol. Fuck. Oh Gott, hält der aus. Ich rutsche. Mach was! Nice. Alter, sieht das viel geil aus. Schaut euch das mal an. Wow. Das ist ja brutal. Schön den Hinterkopf. Nice. Nice, Kopper. Oh lol, das war's letztlich. Jagdgeschick plus 1. Ruf in Redok plus 20. Genau. Ihr kriegt nicht nur Ruf für die Fraktion bei manchen Quellen. Alter, guck mal, wie der wegfleddert. Schieb den Wal. Oh, jetzt hängt der Wal. Iiih. Stell dir mal vor, ihr habt so ein Vieh bei euch an der Decke. Ne, die Weiber kreischen bei... Na gut, ich auch. Bei Spinnen. Ja, wenn die irgendwo in der Ecke vom Zimmer hocken. Aber so ein Vieh, Allah! Guck mal, der ist größer als ich selber. Ekelhaft. Wobei, der erinnert ein bisschen... Naja, so Skorpion, Krebs, Spinnenvieh irgendwie. So. Ist noch eine schwerere Truhe. Verdammt. So, du gehst erstmal wieder zurück. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Ich hoffe, der schafft das. Gut. Wir können jetzt direkt die Quest abgeben, aber ich will mal gucken... Wir haben ein Teleportstein. Können wir ja jederzeit theoretisch. Ich will mal gucken, wo es hier rausgeht. So, das ist der Südausgang. Oder liegt ein Hammer im Wagen. Kronstöcke ist irgendwie nicht so selten, habe ich den Eindruck. Wie in Gottschick 2. Würste, Schmiedehammer, Hakemünze, Hake, Messer, Gelle, Gelle. Noch eine Heilpflanze, schön. Ist ja irgendwas in der Umgebung. Na, da oben haben wir Wölfe gegen Ochs gefaltet. Da muss ich mal gleich nachschauen, was da los ist. Weil das Geile ist ja, Wölfe sind ja nicht automatisch aggro. Ihr müsst hier umdenken in Gottschick 3. Oh, leu. Zu schwer. Noch eine, Alter. Schon drei... Wir müssen das echt so schnell wie möglich lernen. Schon drei Truhen. Ich glaube, wenn ich erstmal 150 Stärke zusammen habe. Und, äh... Die, äh... Und den Schwert mal... Ne, nicht Schwert mal. Das ist ein starker Schwertkämpfer oder so. Dann werde ich erstmal auf schwere Schlösserknappen gehen, Alter. Ich kann doch gleich nochmal mit Gorn reden, was jetzt eigentlich mit dem ist. Schick mal weg, die Scheißen. So, ich hoffe, jetzt heilt sich meine Ausdauer. Ne. Shit. Passt mit, wir reden gerade. Komm später wieder. Du redest mit niemanden. Ausdauertrank. Hier. Trank gegen Krankheiten. Stell dir vor, trinkst morgen so einen Kaffee. Wirkung. Äh... Wirst wach. Huuuah. Meines Instant war... Das wär lustig. Jedes Getränk ist ein Zaubertrank. Bier. Besoffen. Schön. So, wir können noch eine Quest abgeben. Das ist nice. Machen wir so gleich. Das hat sich gerhymt, so ein bisschen. War ein Halb-Rhyme. Ein Halb-Rhyme war das jetzt richtig? Egal. Abi ist übel lange her. Verurteilt mich nicht. Geht eigentlich. Gibt Leute, bei denen ist das länger her. So. Der Südausgang von Redok ist frei. Du meinst, dort sind keine Viecher mehr? Wahnsinn, Mann! Dann wird meine Wache hier am Südausgang viel entspannter. Bitte schön. Danke. Das ist mir glatt einige Goldmünzen wert. Nice. Äh, was ich eigentlich eben noch erzählen wollte. Da bin ich jetzt voll vom Abgekommen. Ähm, Ruf in Redok. Ja, es gibt einmal Fraktionsruf. Das kennen wir ja. Äh, hier. Ne, hab ich ja eben erklärt. Dann gibt es noch Ruf in der jeweiligen Stadt. Beziehungsweise Rebellenlager. Ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel Redok. Da steht Ruf 40. Und hier misstrauen die mir noch ein bisschen. Der will mir zum Beispiel nicht sagen, wer der Informant ist. Und ich glaube, wenn wir ja viel Ruf haben, sagt er mir das, oder? Hast du nichts zu tun. Okay. Gut. Das war erstmal eine weitere Runde. Gothic 3. Ne, sind wir schon bei 3. Meine Güte. Wir sehen uns dann. Morgen. Bis denn. Tschüssi. Das war's. Tschüssi.